Hey Freunde, was geht ab? Wir kaufen uns heute alle Gamepässe in Notruf Hamburg und dann werde ich euch die einzelnen Vorteile der Gamepässe zeigen. Deswegen kaufen wir jetzt direkt mal den Quad Gamepass und gekauft sind wir kaufen den Elektrofahrzeug Gamepass, Freunde. Den kaufen wir natürlich auch und jetzt gibt es den letzten Gamepass, den ich noch gar nicht hatte, den Convertible Vehicles Gamepass, Freunde. Ich habe keine Ahnung, was der machen soll, aber jetzt habe ich nur noch 0 Robux. Und wir fangen hier mit einem Polizei Gamepass an und zwar mit dem Undercover Gamepass, weil das hier der erste ist, Freunde. Wir starten eine Schicht und schaut mal, wie wir jetzt aussehen, Freunde. So sieht ein Undercover Polizist in Notruf Hamburg aus. Wir haben hier auch unsere Waffen und alles mögliche. Also richtig fresh. Wir können übrigens auch die Uniform wieder ausziehen, muss einfach da oben raufklicken und dann geht die Uniform weg, Freunde. Also falls ihr das nicht wusstet, ich finde es schon ziemlich cool, auch mit diesem Gürtel da am Oberschenkel. Das sieht schon richtig fresh aus. Als Zivilpolizist kann man natürlich sich alle Waffen in Notruf Hamburg holen, ist ja ganz klar. Wir können aber auch mal zur Fahrzeuggarage gehen und da mal schauen, welche Autos wir uns dann natürlich holen können, Freunde. Und ihr wisst es, ihr wisst es. Also wir gehen hier hin und können hier einfach natürlich die ganzen normalen Autos kaufen, Freunde. Wir können uns alle normalen Autos hier holen. Die kann man jetzt aber nicht kaufen, die muss man freischalten mit XP. Zum Beispiel kann ich hier den Wolfsburg Pickup für 2000 XP freischalten, weil ich schon 2500 habe. Und jetzt kann ich das spawnen. Und jetzt ist das einfach mein Auto, Freunde. Ich muss da gar kein Geld für bezahlen. Ich kann einfach als Polizist, als Undercover Polizist die Autos so benutzen. Das finde ich schon richtig fresh. Aber es gibt ja noch einen anderen Game Pass, einen anderen Polizeigame Pass. Und zwar den SEK Beamten. Den können wir jetzt gleich auch nehmen. Ich klicke hier schon mal drauf. Wir können aber jetzt noch nicht die Shift starten, weil wir gerade eben erst Undercover Polizist waren, Freunde. Undercover Polizist hat übrigens einen Multiplier von 1,25. Body Armor 35%. Und gleich schauen wir uns nochmal den SEKler an. Kann ich aber jetzt nicht starten, weil ich gerade Zivilpolizist war. Und deswegen gucken wir uns jetzt den nächsten Game Pass an. Und der ist eigentlich schon mal ganz einfach. Und zwar den Sprint Game Pass, den Ausdauer Game Pass. Ich kann jetzt hier viel länger sprinten, als ihr es könnt. Schaut mal. Ich laufe, 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 laufe. Und das ist einfach sehr entspannt, wenn man hier in Notruf Hamburg einfach so durchgängig laufen kann. Also ich glaube, ihr habt es gesehen. Man kann hier ziemlich lange laufen. Das ist auf jeden Fall ein Game Pass. Den brauche ich auf jeden Fall. Das ist für mich der wichtigste Game Pass in dem ganzen Spiel. Weil ohne macht auf jeden Fall nicht so viel Bock. Für den nächsten Game Pass müssen wir wieder zum Fahrzeugdealer fahren. Ich schaue mal, wie viel Geld ich noch habe. Ah, 11.000 Euro. Das ist jetzt nicht mehr so viel, Freunde. Aber wir sind wieder beim Fahrzeugdealer und schauen mal, ob wir uns jetzt das Quad einfach spawnen können. Unlock Vehicle. Spawn. Und, Freunde, Game Pass. Wir haben den Quad Game Pass. Und der sieht schon richtig nice aus. Oder das Quad. Können wir jetzt rüberfahren? Ja. Alter, cool. Cool. Kann man damit hochspringen? Ah, fast, ne? Wäre eine Idee. Warte mal, ich probiere das mal aus. Also, Freunde, wir geben Gas. Können wir jetzt über den Kreisverkehr rüberspringen? Gas geben. 100 kmh. Und... Ah, ganz knappe Kiste, Freunde. Aber man kann damit auf jeden Fall über diese Hücke hier rüberfahren. Das ist ziemlich angenehm. Kommen wir darüber auch. Yo. Also, noch nicht ideal. Aber schon ziemlich, ziemlich fresh. Also, das hier ist der Quad Game Pass. Und ihr habt übrigens auch die Quads jetzt bei den ganzen Jobs, die es so gibt. Also, bei der Polizei, beim Notruf oder überall könnt ihr euch jetzt einfach einen Quad spawnen. Das ist richtig cool. Und wo wir gerade schon bei den Fahrzeugen sind, zeige ich euch da auch nochmal direkt alle anderen Fahrzeuge. Hier können wir uns jetzt dank des Fahrzeug Game Pass das Auto hier kaufen. Wir haben dieses Auto jetzt hier als Notarzt einfach mal direkt bekommen. Also, joa, hat auf jeden Fall auch schon was. Den testen wir, würde ich auch mal sagen. Okay, Sirene ist die gleiche wie die Feuerwehr. Wir sind schnell und leise. Ja, das ist, glaube ich, wegen dem Elektroauto. Das ist ja fresh. Und hier ist auch so ein Blitz. Also, KW. Genau. Das ist ein Elektroauto. Ah, das ist ja fresh. Ich weiß nicht, ob die so einen Summen eingebaut haben oder ob ich mir das einbilde. Na, ich glaube, ich bilde mir das ein als Sound. Junge, aber die Beschleunigung ist ja schon fresh. Also, schon richtig krass. Wie schnell ist Höchstgeschwindigkeit? Oh, da kommt ein Zug. Da kommen wir noch rüber. Alter, ist das cool. Können wir hier über den Ding jetzt rüber springen? Ah, knappe Kiste. Und der hat viel Leben. Also, auf jeden Fall ein freshes Auto. Bremsen tut der auch gut. Beschleunigen eigentlich auch ganz geil. Kann man hier tanken oder wie funktioniert das? Ah, 12 Dollar. Nice. Ich glaube, tanken ist jetzt günstiger mit dem Auto, ne? Ah, das ist ja cool. Ich würde sagen, wir fahren aber nochmal zum Fahrzeugdealer. Weil ich euch die Convertible Cars zeigen möchte. Freunde, ich bin jetzt hier wieder beim Auto-Dealer. Und jetzt kann ich nochmal schauen, was man sich hier holen kann. Also, wir können jetzt zum Beispiel den Wolfsburg Discovery holen. Das ist für den, ja, ich glaube, für den Elektrofahrzeug Game Pass. Ich schaue mal eben nach. Ist das ein Elektrowagen? Ja, das ist der Elektrowagen. Genauso wie der gleiche vom Notarzt gerade eben. Dann können wir hier das Cabriolet freischalten und spawnen, Freunde. Ich glaube, das ist jetzt wegen dem Convertible Game Pass. Also, wegen dem Cabrio halt. Und genau, oh, das ist fresh, Alter. Das ist sowas von fresh. Oh mein Gott, sieht das cool aus. Das sieht ja richtig cool aus, Freunde. Ich glaube, da müssen wir mal zum ADAC gehen und uns das Auto mal ein bisschen einfärben, so wie wir das haben wollen. Also, ab auf dem Hof vom ADAC. Ich muss schon sagen, ja, bremsen tut es gut. Driftet auch ein bisschen. Das gefällt mir natürlich sehr gut. Wendekreis, ja, ist auch eigentlich okay. Okay, so, einmal reparieren. Und was können wir denn? Einen weißen Mercedes oder schwarz, braun, nein. Gelb ist auch krass hier bei dem Auto. Aber wir gehen mal mit weiß, okay? Also, ein weißes Auto, ein weißer BMW ist das anscheinend. Alter, sehr cool. Ich versuche den mal hier auf der Autobahn so schnell zu beschleunigen, wie es geht. Dafür fahre ich mal ganz am Ende. Und dann gucken wir auch direkt mal in dem Tunnel, wie stark, äh, ja, der kaputt geht bei einem Unfall. Also, wir gehen hier los und fahren los, Freunde. Wir bauen am Ende des Tunnels einen Unfall. Höchstwahrscheinlich, weil ich versuche in der Kurve noch abzubremsen. Aber unser Ziel ist jetzt hauptsächlich, so schnell zu fahren, wie es geht, okay? 150, 153, 147, 160, 163, 800, äh, 800, 191, 191 und abbremsen. Können wir da abbremsen noch? Ah, abbremsen geht, leider bricht das Heck aus und wir können nicht so rumme Kurve irgendwie driften. Aber 191 habe ich auf dem Tacho gesehen. Junge, das ist fresh, Alter. Fresh für die Girls. Fehlt hier jetzt eigentlich die rosane Lackierung, dann wäre das das perfekte Barbie-Auto. Vor der Polizei abhauen geht, glaube ich, auch. Handling ist ganz gut, würde ich sagen, auch wenn ich jetzt gerade Unfälle baue. Ist schon, hä, warum habe ich den jetzt im Wanted? Show Crime. Dangerous Driving, lol, wusste ich gar nicht, dass das geht. Lol, das ist ja witzig. Aber vom Handling her gefällt mir das Auto auf jeden Fall. Wir machen hier auch gerade so eine kleine Verfolgungsjagd von der Polizei. Also haben wir hier so einen richtigen Test. Okay, da ist noch ein Polizeiauto, wenn man hier jetzt vernünftig abbremst. Ja, bricht es nicht so stark aus. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, wie viel kmh das Auto hatte. Aber ist gut. Und mit Kurve kommt man da echt nice. Abbremsen wir den Blitzer. Also ist schon ganz nice. Dann möchte ich euch jetzt als nächstes zeigen, was man denn noch so alles machen kann mit Gamepassen, Freunde. Und dafür möchte ich euch jetzt hier einmal was zeigen. Gehe hier mal auf die Tankstelle rauf. Und jetzt kann ich hier einfach, weil ich hier krimineller bin, Toggle Criminal Gear machen. Freunde, weil ich den Verbrecherboss Gamepass habe, kann ich das einfach machen. Und das finde ich eigentlich ganz fresh. Sieht schon ganz nice aus. Und vor allen Dingen gibt es einem auch nochmal eine extra Rüstung. Also dadurch hat man nochmal ein bisschen mehr Leben. Das finde ich eigentlich schon ziemlich cool. Unsere kleine Verfolgungsjagd gestaltet sich als schwierig, weil der andere auch relativ schnell ist. Aber wir können natürlich hier durchfahren. Sehr cool. Wir biegen ab. Können wir hier abbiegen? Ja, okay. Dann würde ich sagen, fahren wir jetzt hier wieder zum Dealership hin. Unsere Wanteds sind jetzt eh weg. Und dann schauen wir mal, ob wir uns dann noch ein neues Auto holen können. Also wir gehen hier hin. Und genau, den haben wir schon. Den haben wir auch schon gekauft. Und die anderen, die kosten leider Geld. Ich weiß nicht genau warum. Aber anscheinend kann ich mir jetzt durch diese Gamepass diese Autos hier kaufen. Finde ich fresh. Finde ich ein bisschen schade, dass ich die nicht direkt habe. Wenn man schon so viele Robux dafür ausgibt, sollte man nicht noch irgendwie Robux für den Shop ausgeben können. Aber jetzt wird es nochmal Zeit, euch den Verbrecherboss Gamepass nochmal ein bisschen näher zu bringen. Ihr habt gerade schon gesehen, man hat schon so einen kleinen Vorteil, weil man ja die Rüstung hat. Die verliert man übrigens dann wieder, nachdem man Wanteds hatte. Wenn ihr den Gamepass habt, dann könnt ihr euch hier kostenlos hier so Schlagringe holen. Ihr habt übrigens Zugriff auf die Sniper. Die müsst ihr euch zwar trotzdem kaufen. Ihr bekommt aber günstigere Items. Also diese ganzen Waffen hier, die sind alle günstiger. Um 25%. Und wenn ihr zum Beispiel Sachen vom Juwelier, Gold oder auch Diamanten verkauft, dann bekommt ihr 25% mehr Geld. Also der Verbrecherboss Gamepass, der lohnt sich auf jeden Fall. Und damit fehlt jetzt nur noch ein einziger Gamepass. Einer meiner Lieblings Gamepässe. Und zwar der SEK Gamepass. Und ich muss sagen, das Auto hier fährt sich ziemlich gut. Wir fahren mal rein. Wir schauen mal rein hier bei dem SEK. Vielleicht können wir das ja noch mit den anderen Gamepassen verbinden. Also wie gesagt, 1,3 Multiplier beim Payment und Body Armor. 60% zusätzlich. Ziemlich fresh. Wir haben natürlich unsere ganzen Waffen hier, Freunde. Ihr kennt es. Sehr, sehr freshe Waffen. Da vorne sind die Autos. Da können wir mal gucken. Und was kann man sich hier holen? Wir können den hier natürlich haben. Den Pickup habe ich schon. Und wir können natürlich einen Quad spawnen, Freunde. Sehr cool. Deswegen machen wir das auch nochmal. Dann haben wir alles miteinander verbunden. Also wir haben jetzt hier Quad und SEK. Ziemlich fresh, würde ich sagen, Freunde. Ich habe hier richtig viele Robux in dem Video ausgegeben. Und deswegen kannst du auch gerne mal ein Like da lassen. Und wenn du noch ein normales Notruf Hamburg Video sehen willst, dann schau dir jetzt das Video auf der rechten Seite an. Bis dann und ciao.